herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp ein unternehmen hat heute zwei hochstufungen bekommen und zwar der automobilzulieferer zum einen vom von hsbc der zuständige analyst sagt in 2009 dürfte abgehakt sein man dürfte die talsohle durchschritten haben und 2020 wird vieles besser deswegen hat der analyst ein kursziel von 34 euro auf seine studie geschrieben und natürlich kaufen und für das bankhaus lampe ist einer der top picks 2020 also deswegen auch fünf prozent die aktien plus wir steuern jetzt natürlich nach oben und auf die 200 tage linie zu die bei exakt 30 euro verläuft hier noch der widerstand im bereich 31 euro und dann kann natürlich das ganze sich noch mal beschleunigen und auch das kursziel von lampe die 38 ist dann ja keine utopie mehr sage ich mal kurzfristig natürlich erst mal unrealistisch bis jahresende traue ich der aktie durchaus diesen widerstands test zu bei 31 euro das sind rund zehn prozent und entsprechend lautet die empfehlung dann natürlich lang hier das eingeblendete zertifikat unseres partners morgen stanley kurs ziel 16 17 euro auf sicht der nächsten drei vier monate stopp kurs bei 10 20 und dann ist die ganze sache rund ich wünsche ihnen einen erfolgreichen handelstag und würde mich freuen wenn wir uns morgen noch mal sehen zum wochenabschluss bis dahin tschüss